Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen beim Blick in die Zukunft. Ja, es ist mal wieder soweit und wir schauen uns gemeinsam die Neuerscheinungen aus dem September an. Ich bin ja ein großer Fan von Neuerscheinungen. Ich beschäftige mich gerne mit Büchern, die neu erscheinen, von Autoren, die ich spannend finde, von Verlagen, die ich gerne lese. Und so natürlich auch im September. Man muss natürlich sagen, der August hatte schon sehr, sehr viel Neuerscheinungspotenzial und unglaublich viele Bücher. Für den September sind es ein paar weniger geworden und das ist auch gut so. Man muss ja an seinen Sub und auch an seinen Geldbeutel denken. Und ja, ich denke, wir fangen einfach mal an mit den spannenden Neuerscheinungen oder zumindest die Neuerscheinungen, die ich eben spannend finde. Und mich würden natürlich auch eure spannenden Neuerscheinungen, das ist ein unglaublich schwieriges Wortkonstrukt, interessieren. Packt die gerne in die Kommentare, wenn ihr vielleicht irgendwas habt, wo ihr sagt, Mensch, Steffi oder auch alle anderen, das müsst ihr lesen, das klingt so toll für den September. Ja, das erste Buch, was am 4. September erscheint, ist ausnahmsweise mal ein englisches Buch. Ich muss sagen, ich gucke bei den Neuerscheinungen sehr selten in die englischen Bücher herein. In der Regel nur, wenn es vielleicht irgendwie eine Reihenfortsetzung ist. Ich denke da vielleicht an das Lied von Eis und Feuer. Da, glaube ich, wäre ich Feuer und Flamme, wenn endlich der sechste Teil in Englisch erscheinen würde. Oder ja, früher war es natürlich Harry Potter, wo man vermeintlich darauf gewartet hat. Und ich weiß auch, dass ich den dritten Teil der Bestimmungen in Englisch gelesen habe. Aber bei Flight or Fright handelt es sich um einen Sammelband von Kurzgeschichten, die unter anderem von Stephen King herausgegeben werden, zusammen mit Beth Vincent. Ein Autor, der mir persönlich gar nichts sagt. Aber ja, diese ganze Kurzgeschichten finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Es gibt dazu zwei verschiedene Ausgaben. Ich vermute mal eine britische und eine amerikanische. Oder haben die Amerikaner zwei? Ich bin da immer total überfragt gefühlt. Und es geht hier um das Fliegen, denn es heißt hier so schön, Stephen King hasst es zu fliegen. Und jetzt möchte er zusammen mit Co-Redakteur Beth Vincent diese Angst vor dem Fliegen mit uns teilen. Und es sind eben brandneue Geschichten dabei von Joe Hill und natürlich auch Stephen King. Wir haben Geschichten von Dan Simmons, der mir zumindest was sagt, auch von Conan Arthur Doyle. Ja, von einigen anderen Autoren wie James L. Dickie, Peter Tremaine, Roald Dahl, Ray Bradbury, John Varley, Tom Bissell, Ambrose Beers. Ja, Autoren, die mir leider gefühlt nicht allzu viel sagen. Aber ich finde immer so Kurzgeschichtenbände, wo verschiedene Autoren dahinter stecken, da entdeckt man eben vielleicht tatsächlich mal einen Autor, wo man denkt, Mensch, die Kurzgeschichte, die fand ich geil. Ich gucke mir von dem Autor einfach mal noch was anderes an. Und ich habe keinen Termin für diese Kurzgeschichten im Deutschen entdecken können. Keine Ahnung, ob die erscheint oder nicht. Das, wie gesagt, habe ich nicht herausfinden können. Denn im August erscheint oder erschien, also je nachdem, von welchem Zeitpunkt wir jetzt ausgehen, erscheint ja das neue Buch von Stephen King, die Outsider oder der Outsider zu Deutsch. Über den Titel werde ich mich nicht wieder auslassen. Und ich bin mir gar nicht sicher, wann man vielleicht diese Kurzgeschichtensammlung dann sozusagen herausbringen wird. Für mich ist das tatsächlich mal was, was ich mir auch durchaus wirklich im Englischen vorstellen könnte und kann, weil ich denke, dass Kurzgeschichten durchaus, dadurch, dass sie einfach kürzer sind, was ja, also ihr versteht, dass das wirklich etwas sein könnte, was ich auch mal in Englisch lese und mich dann vielleicht tatsächlich auch mal an den Stephen King in Englisch wage, was ich ja sonst eher nicht tue. Und ja, dementsprechend werde ich hier die Augen aufhalten. Ein Buch, eine Fortsetzung einer Reihe, der zweite Teil einer Trilogie ist Mathildas Geheimnis und das gehört zur Reihe Die Frauen vom Löwenhof. Ist eigentlich immer angekündigt gewesen jetzt für Anfang September, hat aber teilweise jetzt auch schon Start, also Erscheinungsdatum 24. beziehungsweise 27. August. Ich bin mir da also ziemlich unsicher. Ich habe schon gesehen, dass es auch in den Ankündigungen von Audible zu sehen ist, dass das bald erscheint und es gibt da unterschiedlichste Erscheinungsdatums, nein, Datin. Und ja, das ist wie gesagt der zweite Teil, der Die Frauen vom Löwenhof sage. Und mir hat ja der erste Teil super gut gefallen. Ich habe ja hier auch das Hörbuch gehört und ich werde das auch beim zweiten Band so machen. Ich werde also warten, bis definitiv das Hörbuch erscheinen wird. Das Tolle einfach an dieser Reihe ist, dass wir ja drei Generationen pro Band im Grunde verfolgen. Wir haben ja begonnen, ich glaube 1910, 5, ich weiß es gerade nicht mehr, 1903. Und wir haben ja hier wirklich Agneta kennengelernt, eine junge Frau, die sich so ein bisschen diesem Adelsverpflichtungen mehr oder weniger widersetzt und einfach so ihren eigenen Kopf hat. Und ich vermute mal, dass es jetzt hier in Schweden spielt die Reihe auch so weitergehen, denn wir treffen auf Mathilda. Sie ist 17 Jahre jung, wir sind im Jahr 1931. Und ja, ich bin einfach sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Natürlich kennen wir Mathilda, beziehungsweise wenn man jetzt den Klappentext liest, spoilert man sich natürlich zum ersten Teil. Aber Mathilda ist mir im Grunde schon ein Begriff, weil ich die im ersten Band eben kenne. Und ich bin mega, mega gespannt, wo es hingeht. Wir werden jetzt natürlich im zweiten Band den Zweiten Weltkrieg wohl so ein bisschen spüren, Infos darüber bekommen. Aber ich denke, da ich der Schweden ja sehr neutral war zum Zweiten Weltkrieg, hoffe ich, dass es nicht zu viel des Guten einfach wird und es sich so ein bisschen wie in der Clifton Saga verhält, wo das Thema zwar schon präsent war, aber eben nicht zu tief war. Und die Reihe ist ja von Corinna Bohmann. Und ich bin total neugierig und freue mich sehr drauf. Der dritte Teil ist dann auch schon für Dezember angekündigt. Wer weiß, vielleicht kommt der tatsächlich auch schon eher. Aber ich finde es schön, dass man eben so eine Trilogie dann wirklich innerhalb eines Jahres lesen, hören kann und da wirklich nah in der Geschichte sozusagen dabei ist. Das nächste Buch, was am 10. September erscheinen wird, ist der Auftakt einer Zweierreihe oder auch einer Trilogie. Ich weiß es gerade gar nicht. Das ist die Fotografin. Das wird die Fotografinnen-Saga und das ist am Anfang des Weges, ist der erste Teil von Petra Durst-Benning. Ja, es ist im Grunde ähnlich wie angefangen dieses Jahr mit der Clifton Saga, natürlich auch weit über die Löwenhof Saga, die Hansen Saga, die Tuchwiller. Es sind Romane, die so leicht historisch sind. Leicht historisch deswegen, weil sie in der Regel ja alle so um 1900 beginnen oder da irgendwo eine Rolle drin spielen. Und historisch ist für mich definitiv eigentlich schon ein bisschen älter. Also es ist ja erst ein Jahrhundert im Grunde her. Und die Reihe hat mich sehr angesprochen, weil ich auch den Klappentext mega spannend fand, den ich euch jetzt einfach mal vorlese. Minnie Revendlow, genannt Minnie, war schon immer anders als die Frauen ihrer Zeit. Es ist das Jahr 1911 und während andere Frauen sich um Familie und Haushalt kümmern, hat Minnie ihren großen Traum wahrgemacht. Sie bereist als Fotografin das ganze Land und liebt es, den Menschen mit ihren Fotografien Schönheit zu schenken. Genau wie ihr Onkel Josef, wahrscheinlich Josef, der ihr großes Vorbild ist. Als dieser erkrankt, zieht sie in das kleine Leinweberdorf Laichingen, um ihn zu pflegen und vorübergehend sein Fotoatelier zu übernehmen. Ihm zuliebe verzichtet sie nicht nur auf ihre Unabhängigkeit, sondern sieht sich in Laichingen zunächst auf den misstrauischen Blicken der Dorfbewohner ausgesetzt. Da sie mehr als einmal mit ihrem Freigeist aneckt. Und als bald ein Mann Mimis Herz höher schlagen lässt, muss sie eine Entscheidung treffen. Für mich auch eine Geschichte, die einfach zeigt, wie die Geschichte der Frauen im Grunde hier auf unserem Kontinent, sage ich mal, sich entwickelt hat, was es für starke Frauen gebraucht hat, um diese Freiheiten zu erreichen, die wir nun alle nutzen. Und ich finde es sehr interessant, dass gerade starke Frauen und wie eben sich die Zeit im Grunde gewandelt hat im 20. Jahrhundert, dass das zurzeit so ein großes Thema in den Büchern ist. Und ich finde das toll. Ich lese das unglaublich gerne. Und ich wüsste selbst nicht, ob ich so eine mutige Frau vor 100 Jahren gewesen wäre, aber ich finde es schön, über diese Frauen zu lesen. Der zweite Teil ist angekündigt für den April 2019. Und auch hier überlege ich, ob ich die Reihe vielleicht höre. Und ich finde, für mich funktionieren solche Geschichten ähnlich wie Wohlfühl-Romane eben am besten mit Hören. Und da werde ich einfach mal gucken, wie das so klappen wird. Das nächste Buch erscheint ebenfalls am 10. September und ist Die Party. Wer Glück hat, stirbt als erster von Jonas Winner. Und wer schon ein bisschen länger auf meinem Kanal ist, weiß, dass ich bereits zwei Bücher von Jonas Winner gelesen habe und beide sehr gerne mochte, wenn sie auch nicht absolute Highlight-Bücher waren, weil doch immer ein, zwei Dinge waren, die mich ein bisschen gestört haben. Und ich bin sehr gespannt, was die Party halten wird, denn der Klappentext klingt auf jeden Fall schon mega spannend. Denn es ist der 31. Oktober, Halloween. Zehn Jugendfreunde freuen sich auf ein Wiedersehen nach vielen Jahren. Brandon, der Elfte im Bund, hat sie alle in ein Glas-Bungalow geladen, der sich auf einem Felsplateau hoch über dunklen Wäldern erhebt, was schon sehr geil klingt. Auf dieser Party will Brandon die Zeit der 80er Jahre aufleben lassen, was damit beginnt, dass alle ihre Handys abgeben müssen. Doch als die Freunde begrüßt werden, überschlagen sich die Ereignisse. Aus einem vermeintlichen Schockeffekt wird tödlicher Ernst. Ein Kronleuchter löst sich von der Decke und begräbt den Gastgeber unter sich. Ein tragischer Unfall, oder? In diesem Moment wird der Gesellschaft klar, unter ihnen ist ein Killer. Die Party beginnt, ihre letzte Party. Und das klingt wirklich nach unglaublicher Spannung, denn wir haben eben ein Glas-Bungalow, wo man sich wahrscheinlich im Grunde nicht verstecken kann. Man hat überhaupt diesen begrenzten Raum, aus dem man nicht raus kann, wo aber gefühlt wahrscheinlich auch nichts anderes rein kann. Denn ich könnte mir vorstellen, dass keiner weiß, wie die Zahlenkombination der Tür ist, außer unser Gastgeber. Allerdings frage ich mich gerade, könnte man das Glas nicht auch einschlagen. Aber gut, ich bin sehr gespannt, wie das ist. Wir haben hier ja doch vielleicht auch so ein bisschen neben dem Thriller-Element auch so ein bisschen ein Krimi. Und das könnte durchaus spannend werden und klingt für mich wirklich sehr, sehr gut. Und ich freue mich sehr auf dieses Buch von Jonas Winner. Auch auf das neue Buch von Marie Lu oder Mary Lu freue ich mich sehr. Warcross, das Spiel ist eröffnet. Ein Buch, das am 17. September erscheinen wird. Es ist der Auftakt einer Dilogie. Konnte aber jetzt selbst noch kein Erscheinungsdatum für den zweiten Band irgendwie herausfinden. Aber nach Young Elites möchte ich eben einfach auch nochmal was anderes von Mary Lu lesen. Und ich habe auch schon die Legend-Trilogie mir besorgt, zumindest den Auftakt, um darin zu lesen. Aber ich denke, dass ich einfach mit Warcross weitermachen werde. Denn das Buch ist ja jetzt im Grunde schon fast ganz nah da. Mit Warcross liefert Bestseller-Autorin Mary Lu den Auftakt zu einer temporeichen Cyberpunk-Jugendbuchreihe, die durch viel Action, Spannung und eine starke, coole Protagonistin überzeugt. Ein Muss für alle, die Videospiele und E-Sports lieben, aber nicht auf Romantik verzichten möchten. Klingt schon mal gut. Die Welt ist verrückt nach Warcross, dem gigantischsten Videospiel aller Zeiten. Erfinder Hideo Tanaka wird wie ein Gott verehrt. E-Sport-Turniere füllen, ganze Stadien und die Meisterschaft ist das größte Event der Welt. Kopfgeldjägerin Imika Chen erhält zu Beginn der Warcross-WM ein verlockendes Jobangebot von Hideo Tanaka. Undercover soll sie an dem Wettkampf teilnehmen und einen Hacker aufspüren, der Warcross sabotiert. Eine waghalsige Jagd beginnt, bei der Imika nicht nur ihr Leben aufs Spiel setzt, sondern auch ihr Herz. Und es klingt natürlich schon so ein bisschen wie wahrscheinlich, dass der Bösewicht dann auch der wird, der ihr Herz erobert. Das lässt sich vielleicht irgendwie erahnen. Ich glaube aber, Mary Lou hat mir ja bei Young Elites schon bewiesen, dass sie einfach auch was anderes kann, als klischeehaft irgendwas zu schreiben. Und ich hoffe, dass sie das im Grunde hier auch einfach weiter, ja, so verzaubert mich mit ihrem Schreibstil. Denn ja auch die Protagonistin in Young Elites war etwas ganz, ganz Besonderes und ich erhoffe mir das hier in Warcross auch. Zudem mag ich es auch immer gerne, wenn Computerspiele eine Rolle spielen. Ich fand das ja zum Beispiel bei Erebus wirklich grandios gemacht von Ursula Ponslansky und bin hier sehr gespannt, was mich bei Mary Lou erwarten lässt. Ebenfalls der Auftakt einer Dialogie, also auch wieder zwei Bände, ist Monsters of Verity, dieses wilde, wilde Lied von Viktoria Schwab. Von der Autorin habe ich bereits gelesen, das Mädchen, das Geschichten fängt, ein Buch, das ich sehr gut fand und auch noch gute Erinnerungen daran habe. Ich kann mich nicht mehr hundertprozentig an die Geschichte erinnern, aber ich weiß, dass ich das gut fand und spannend fand und auch auf die Autorin durch den Namen einfach so mir die wieder in Erinnerung geholt habe und ja, jetzt auch die Story hier sehr, sehr spannend finde. Leider konnte ich auch hier zum zweiten Band noch nicht finden, wann er herauskommt, aber der erste Teil klingt auch schon mega spannend. Monsters of Verity, dieses wilde, wilde Lied ist der Auftakt einer neuen Urban Fantasy Reihe, in der die Grenzen zwischen Moral und Sünde verschwimmen. In der geteilten Metropole Verity City herrscht ein erbitterter Kampf ums Überleben, denn jede neue Gewalttat der Menschen bringt leibhaftige Monster hervor, welche nachts den Bewohnern der Stadt auflauern. Klingt das geil. In dieser düsteren Welt treffen die Kinder der beiden verfeindeten Herrscher aufeinander. Kate, die den Drang hat, sich endlich gegenüber ihrem Vater zu beweisen und August, der jeden Tag damit ringt, seine wahre Identität zu verbergen. Denn Orgos ist ein Sunai, eine extrem seltene und sehr gefährliche Art von Monster. Als Kate eines Tages in einen Hinterhalt gerät, müssen die beiden gemeinsam fliehen. Doch wem kannst du noch trauen, wenn die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwinden? Und auch wenn das hier schon ein bisschen sehr jugendlich anhaucht, hoffe ich doch, dass wirklich das Spannungsgefühl, diese Fantasy-Welt und auch wenn es Urban Fantasy ist, muss natürlich die Fantasy-Welt überzeugen, dass das einfach gut gemacht ist, spannend ist, packend ist. Und die Idee, dass man im Grunde hier das Peter Pan Feen Gesetz umdreht, wo man, wenn man ja an Feen glaubt und klatscht, sozusagen eine Fee entsteht, dass man hier einfach sagt, immer wenn irgendwas Böses passiert, kommt ein Monster auf die Welt, was ich total geil finde von der Idee. Finde ich mega gespannt, was Victoria Schwab hier zaubert und freue mich sehr, sehr, sehr auf diese Geschichte. Überhaupt finde ich alle meine entdeckten Neuerscheinungen wirklich spannend. Ich habe ja wirklich versucht, das schon so ein bisschen einzugrenzen, auch Geschichten, die mir, die ich vielleicht, ja, als das Sommerprogramm rauskam, entdeckt hatte und mal auf die Wunschliste gepackt hatte und dann jetzt so merkte, irgendwie sagt ihr denen nicht, die sind auch einfach mal von der Wunschliste geflogen, weil, ja, irgendwann muss man das ja auch alles noch lesen. Ich glaube, ihr kennt mein Problem. So, jetzt bin ich natürlich gespannt, welche Bücher ihr jetzt von den Vorgestellten interessant findet, was vielleicht auf eurer Wunschliste landet, welche Bücher ihr selbst spannend findet. Schreibt das gerne in die Kommentare. Ich würde mich hier sehr über einen Regenaustausch freuen. Und danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen sommerlichen Wetter mit tollen, warmen Temperaturen, die wahrscheinlich, wenn die Bücher rauskommen, ja dann schon, ja, verloren gegangen sind. Aber, ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, lasst es euch gut gehen, danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.